In ein IPv6-Netz soll ein neuer Host integriert werden. Seine Adressen werden dabei automatisch konfiguriert. Dazu wird zunächst aus der Ethernet-Adresse seines Interfaces versuchsweise eine Link-Local-Adresse gebildet. Um sicher sein zu können, dass kein anderes Interface im Netz diese Adresse benutzt, wird eine ICMP-Nachricht des Typs Neighbor-Solicitation an alle Interfaces mit der Solicited-Node-Multicast-Adresse gesendet. Da es in diesem Fall keine Antwort des Typs Neighbor-Advertisement gibt, kann der Host die Link-Local-Adresse benutzen und daher mit allen anderen Hosts im lokalen Netz kommunizieren. Um die Site-Local-Adresse und die globale Adresse bilden zu können, benötigt der Host die Präfix-Informationen vom Router. Er sendet deshalb eine ICMP-Nachricht des Typs Router-Solicitation an den Router. Dieser antwortet mit einer ICMP-Nachricht vom Typ Router-Advertisement. Mit den Präfix-Informationen können nun die Site-Local-Adresse und die globale Adresse gebildet werden. Jetzt kann der Host mit allen Hosts in der Site und global mit allen anderen Hosts kommunizieren.